recht herzlich willkommen wieder bei smartwatch.de ich bin der jan wir machen heute ein unboxing zum samsung gear fit 2 dieser fitness tracker von samsung kostet bei uns in deutschland aktuell knappe 200 euro und bietet einen ganzen haufen an funktionen und funktioniert außerdem jetzt nicht nur mehr mit samsung smartphones sondern auch mit anderen geräten das und noch vieles mehr jetzt dazu im video zu euch nach hause kommt dann das samsung gear fit 2 in dieser hübschen kartonage mit einem sichtfenster drin da gibt es dann schon mal den ersten blick auf den neuen fitness tracker daneben dabei ist natürlich noch eine ladestation der eigentliche fitness tracker in unserem fall ist er jetzt hier pink es gibt natürlich auch noch das armband in schwarz oder blau und natürlich noch eine kurze anleitung das samsung gear fit 2 ist dann komplett aus kunststoff gefertigt das tut allerdings der hochwertigen verarbeitung keinen abbruch und auch beim tragen komfort gibt es absolut nichts auszusetzen das ist natürlich am handgelenk noch besser aussieht setzt samsung hier auf ein gebogenes am led display mit einer größe von 1,5 zoll das display hat dabei eine auflösung von 216 x 432 pixeln und ist ein farbtouch screen an der sonstigen hardware die hier verbaut wird es gibt 4 gb internen speicher dazu 512 mb arbeitsspeicher als auch einen dual core mit jeweils einem gigahertz pro kern zum samsung gear fit 2 gibt es natürlich auch wieder eine umfangreiche app die funktioniert mittlerweile zwar auch wie angesprochen schon auf anderen android smartphones wer allerdings im besitz eines ios oder eines windows phones ist der schaut weiterhin in die röhre und hofft natürlich dass es da die app irgendwann noch dafür gibt ansonsten ist der fitness tracker auch nach ip68 gegen staub und wasser geschützt das heißt auch stark regn oder auch ein besuch in einer sehr staubigen wüste kann dem tracker hier überhaupt nichts an haben ansonsten bietet er eine sehr große funktionsvielfalt für einen fitness tracker ihr habt zum einen mal den gps tracking dann natürlich die ganzen standardmäßigen sachen wie schrittzähler wie viele kalorien habt ihr verbrannt ihr könnt damit euren schlafrhythmus überwachen lassen auch hat er einen eingebauten musikplayer das ist natürlich beim training immer von besonderem vorteil viele von euch werden das sicher auch gerne ihre lieblingsmusik hören ansonsten gibt es auch noch einen pulsmesser integriert auch das ist sehr cool da kann man sich dann auch statistiken und so weiter erstellen lassen aber mehr infos zu den funktionen natürlich und zur eigentlichen app zum samsung gear fit 2 die findet ihr in unserem smartwatch.de test auf smartwatch.de den link dazu gibt es wie immer in der video beschreibung das wäre soweit von mir vielen dank fürs reinschauen und hoffentlich bis zum nächsten mal